Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Höhepunkt unseres Programms. Zehn Meter über der Manege, höher geht's nicht. Meine Damen und Herren, wer von uns hat nicht schon einmal davon geträumt, im gleißenden Scheinwerferlicht über den bewundernden Augen der Menge durch die Zirkuskuppel zu schweben, scheinbar schwerelos wie im Traum? Ich glaube, wir alle. Die Artisten aber, meine Damen und Herren, schweben nicht, sie schießen mit Kanonenkugel Geschwindigkeit durch die Luft. Wer am Hochtapets arbeiten will, muss lange und sehr hart trainieren. Unsere beiden Gäste haben lange, hart und ich glaube auch erfolgreich trainiert. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Wir begrüßen Karin Janz, Erika Zuchold und die Angelos. Applaus 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 Musik 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 Applaus Applaus